Musik Herzlich Willkommen zur Fußnagelmodellage im Ziehtechnik Design. Die passenden Hände habt ihr bereits in einem anderen Video gesehen. Wie immer fangen wir mit der Desinfektion an. Der Naturnagel wird mit einem Buffer angeraut. Überschüssiger Staub sollte mittels eines Pinsels entfernt werden. Nun wird der Primer aufgetragen. Dieser dient der Haftbarkeit und agiert wie ein Klettsystem zwischen Naturnagel und Gel. Ist der Primer trocken, trage ich die Farbe zügig mit einem Spot Swirl auf. Musik Überschüssiges Gel kann ich mit einem Rosenholzstäbchen entfernen. Mit dem Schlepperpinsel verziehe ich die Farben von links nach rechts und umgekehrt. Musik Danach erfolgt die Aushärtung in der Lampe. Die kleinen Zehennägel bekommen nur ein Unifarbton. Diese trage ich mit einem Pinsel auf. Musik Die Zehen härte ich einzeln aus. Musik 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 Anschließend setze ich am großen Zeh mit Glitzergel noch Akzente. Alle Arbeitsschritte hier nochmal am zweiten Fuß. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Habe ich die Gestaltung der Nägel fertig, versiegele ich alles mit unserem Einphasengel. Zum Abschluss trage ich zur Pflege ein Nagelöl auf. Und fertig für den Urlaub. Habt ihr die passende Handmodellage noch nicht gesehen, dann schaut auf unserem Channel von NDED vorbei. Die Produkte, die ich verwendet habe, findet ihr in unserem Onlineshop. Tschüss, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.